Meine lieben Zuschauer, Gold oder Bitcoin, was auf den ersten Blick fast so klingt wie Geld oder Liebe oder wenn ihr so wollt, Pflicht oder Wahrheit und bei einigen von euch mit Sicherheit geradezu religiöse Gefühle aufkommen lässt, möchte ich total gerne in dieser Ausgabe rein neutral und hoffentlich objektiv betrachten. Ich möchte aber auch in dieser Ausgabe euch sehr klar und sehr subjektiv sagen, welches dieser beiden Assets ich aktuell auf gar keinen Fall kaufen würde und ich glaube, meine Begründung wird euch absolut überraschen. Deswegen lade ich euch herzlich ein, nicht vorspulen, nicht mogeln. Schreibt jetzt rein, was für der Hamid auf gar keinen Fall kaufen und dann könnt ihr hinterher gucken, ob ihr recht hattet oder nicht. Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen. Normalerweise bewege ich mich relativ schnell in Bereichen von Zahlen, Daten, Fakten für unsere Zuschauer, die mich kennen. Für die anderen heute würde ich eher im Allgemeinen sprechen, eher meine persönliche Meinung darstellen und ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere schreibt, auch das dürft ihr total gerne reinschreiben. Reines Blabla, totale Zeitverschwendung, nichts Neues. So, eure Zeit ist mir tatsächlich total wichtig und deswegen, wenn ihr sagt, ich möchte Zahlen, Daten, Fakten, Makroanalyse, habe ich heute weniger, sondern ich beschäftige mich tatsächlich mit der Frage, eher Gold kaufen oder eher Bitcoin kaufen. Und mir ist es völlig klar, das ist ungefähr so, als wenn man random auf der Straße irgendeinen Menschen anspricht und sagt, und Offroader oder Mini. Hat natürlich ganz viel mit der persönlichen Einstellung zu tun. Ich versuche trotzdem, eine subjektiv für mich gewertete Beurteilung zu finden. Lasst uns loslegen. Der Goldpreis gilt als absolut erwiesener Wertspeicher. Seit Jahrtausenden hat Gold es geschafft, seinen Wert gleichzuhalten. Man war in den letzten hunderten von Jahren in der Lage, mit Gold Vermögen zu erhalten. Also wenn man ganz viel Geld hatte und sich gefragt hat, was mache ich mit dem ganzen Kapital, wie kann ich mein Vermögen mit ganz wenig Risiko erhalten? Dann war natürlich Gold the place to be. Das bedeutet, dass der Goldpreis wenig Volatilität mit sich bringt. Auf der anderen Seite ist das sogenannte Return on Investment, über die vielen Jahre gesprochen, nicht so gut wie zum Beispiel Aktien. Wenn wir also darüber sprechen, was Return on Investment angeht, da hat in den letzten 10, 14 Jahren, 12 Jahren, muss man sagen, hat Bitcoin eindeutig alles outperformt, was es gibt. Wenn es also darum geht, dass wir historisch schauen, die letzten 10 Jahre im Vergleich, dann schlägt Bitcoin eindeutig den Goldpreis. Das heißt, performance-wise muss man Bitcoin hier einen Punkt geben. Wenn es darum geht, dass man in unsicheren Zeiten eine Sicherheit benötigt und man muss sich einmal bitte darüber im Klaren sein, Ja, der S&P 500 ist um 23% gestiegen. Wir haben aber auch ein KGV für den S&P 500, was mittlerweile historisch teuer ist. Nicht ganz so hoch wie 2000, das ist mir bewusst, aber wenn man das mit den letzten 10 Jahren vergleicht. Wir haben eine Situation, bei der zwar die Wirtschaft in den USA immer noch prosperiert, allerdings, sagt Goldman Sachs, habe ich euch in der letzten Ausgabe erklärt, könnt ihr euch gerne anschauen, er ist skeptisch, dass diese sehr starken annuellen Gewinne des S&P 500 die nächsten 10 Jahre anhalten werden, sondern sie sehen sehr niedriges Wachstum. Unsicherheit, also Magnificent 7 funktioniert vielleicht nicht mehr so, S&P 500 funktioniert nicht mehr so. Wir sehen, dass BlackRock warnt und sagt, sie sehen Probleme in Europa und möglicherweise eine Rezession. China hat wirtschaftliche Probleme. Wir haben also nicht nur wirtschaftliche Probleme auf der einen Seite, sondern natürlich haben wir auch politische Probleme, die kennt ihr alle selbst, die muss ich nicht alle nochmal von vorne aufzählen. Dazu haben wir aber auch die Situation, dass wir aktuell vor den Wahlen stehen in den USA und das bringt zusätzliche Unsicherheit in den Markt, was aber zeitlich begrenzt zu sein scheint. Wenn wir also über das Thema Unsicherheiten sprechen, dann muss ich sagen, ja, bei der aktuellen unsicheren Situation, was wir haben und aufgrund des spekulativen Charakters, was Bitcoin hat, muss man also eher sagen, Gold. Gold führt also aktuell für mich 2 zu 1, Sicherheit, also sicherer Hafen, Wertstabilität versus Performance. Ein anderer wichtiger Punkt, den Investoren immer wieder beachten, ist der sogenannte Cashflow. Das ist zum Beispiel der Grund, warum Warren Buffett sowohl Bitcoin hast, als auch den Goldpreis hast. Denn er sagt, beide haben keinen Cashflow. Was habe ich davon? Ich kaufe es und ich muss davon ausgehen oder hoffen, dass mir das irgendeiner teurer abkauft. Ansonsten ist es eine Assetklasse, die mir nichts bringt. Und ich kann es auch nicht messen. Ich kann nicht so wie bei einer Immobilie oder bei einem Unternehmen anhand von festen Parametern messen, wie viel ist denn eigentlich meine Investition tatsächlich wert, kaufe ich es günstig oder kaufe ich es teuer. Mit anderen Worten, beide kriegen keinen Punkt, wenn es um Cashflow geht und beide kriegen keinen Punkt, wenn es darum geht, auf Basis von objektiven Parametern beurteilen zu können, ob eine Assetklasse gerade eher günstig ist oder eher teuer ist. Ein Argument, was häufig Bitcoiner anbringen, ist, dass sie sagen, die Anzahl von Bitcoin ist begrenzt und wir haben aufgrund des Halvings mittlerweile eine Inflationierung von Bitcoin von etwa 1%. Das wird noch weiter zurückgehen. Viele Bitcoins sind verloren gegangen und deswegen ist es so, dass Bitcoin allen anderen Assetklassen absolut überlegen ist. Während diese Aussagen bis zur Überlegenheit, was die Inflationierung angeht, absolut richtig sind, kann man theoretisch immer weiter Gold aus dem Boden rausholen. Die Wahrheit sieht aber so aus, dass in den letzten Jahren die Goldproduktion eher zurückgegangen ist. Nicht nur aufgrund der Corona-Pandemie, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass die Produktionskosten gestiegen sind, aber insbesondere aufgrund von Umweltmaßnahmen, aufgrund der Tatsache, dass große Minenprojekte extrem teuer sind und viele Goldvorkommen in Ländern vorhanden sind, in denen die politische Sicherheit nicht gegeben ist und deswegen viele Unternehmen so große Minenprojekte scheuen, weil sie sagen, es kann sein, dass sie zum Beispiel enteignet werden. Das war ein Thema oder ist immer noch ein Thema, was zum Beispiel Barrick Gold betrifft. Und deswegen ist tatsächlich in den letzten Jahren die Goldproduktion eher leicht rückläufig gewesen und deswegen muss ich sagen, beide haben eine sehr niedrige Inflationsrate und beide haben das Problem, dass es neben dem physischen Gold oder physisch besicherte ETFs, reine Bitcoin bzw. physisch besicherte ETFs, gibt es Unmengen an spekulativen Papierderivate, Future ist ein Derivate, CFD ist ein Derivate, also nicht besicherte Möglichkeiten mit Bitcoin, mit Gold zu spekulieren oder vielleicht sogar längerfristig da drin zu sein. Und deswegen glaube ich, dass beide auch die gleiche Krux haben und da kommen wir nämlich zum Thema ETF. ETF. Bevor es die Gold-ETFs gegeben hat, hätte ich tatsächlich gesagt, wenn es darum geht, wie treu sind denn eigentlich die Bitcoin-Investoren, hätte ich gesagt, die echten Hottler sind die Bitcoiner. Aufgrund der Tatsache, dass die ETF-Einführung von Bitcoin extrem erfolgreich gewesen ist, Klammer auf, ich habe nicht daran geglaubt, dass die Einführung des Bitcoin-ETFs so erfolgreich sein würde, Klammer zu, sehe ich aber auch, so wie es bei den Qs, also Nasdaq-ETFs, so wie es beim Gold-ETF ist, bei den ETFs wird tatsächlich deutlich mehr gekauft und verkauft, das heißt, das klassische Hodl gibt es in diesem Sinne, meiner Meinung nach nicht mehr, weil die ETFs immer eine größere Rolle spielen. Das heißt, im Moment habe ich gesagt, Sicherheit und Stabilität gebe ich golden Punkt, was die Steigerung des Kurses angeht, gebe ich Bitcoin den Punkt. Bei anderen Punkten sehe ich noch eine relative Gleichheit. Was ich aber sagen muss ist, und was meiner Meinung nach absolut für Bitcoin spricht, ist, Bitcoin ist etwas absolut Innovatives. Bitcoin ist das Geld, was für sich selbst funktioniert. Und Bitcoin ist eine Anlageklasse, was tatsächlich junge Menschen interessiert. Jetzt ist es so, junge Menschen präferieren tatsächlich mehr Kryptowährungen und weniger die alten Metalle, während man vielleicht sagen kann, ja, die älteren Investoren verfügen über mehr Kapital und stecken da mehr Geld rein. Aber wenn ich das jetzt 20, 30 Jahre nach vorne rechne, dann muss man davon ausgehen, dass das jüngere Publikum über mehr Kapital verfügen wird, die Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin, sich deutlich mehr etabliert haben wird. Und deswegen glaube ich, dass das, also es gibt ja so etwas, nennt man TAM, also Total Accessible Market, das ist aber eigentlich etwas, was für Unternehmen gilt. Also kann ich mein Produkt nur in Deutschland verkaufen oder kann ich es in Europa verkaufen, kann ich es auf der ganzen Welt verkaufen. Wenn man den Total Accessible Market von Bitcoin nimmt, glaube ich, dass der Total Accessible Market von Bitcoin deutlich stärker steigen kann als der von Bitcoin, weil er noch nicht überall angekommen ist. Da würde ich Bitcoin den Punkt geben. Im Moment ist es aber so, dass man sagen muss, der extrem starke Anstieg des Goldpreises geht auch darauf zurück, nicht nur, dass Zentralbanken und Regierungen in den letzten Jahren vermehrt Gold kaufen, den Dollar meiden und nicht in Kryptowährungen gehen. Das heißt, jetzt könnte man sagen, das ist wiederum ein Vorteil für Gold, aber das ist etwas, was in den nächsten Jahren für Bitcoin interessant werden kann. Und jetzt kommen wir meiner Meinung nach zum absolut entscheidenden Punkt. Ich habe, bevor ich das Video gemacht habe, habe ich zu Markus gesagt, Markus, weißt du was, als der Goldpreis in Euro unter 1.000 gefallen ist, da war es über 870, meine ich, da habe ich Gold gekauft, da habe ich gesagt, boah, geil. Ich so, ja, ja, und dann ist er über 1.000 rüber geschossen, ist zurückgekommen, gibt sogar ein Video auf der Seite von gold.de, da habe ich noch Videos für gold.de gemacht, da habe ich noch mal Gold gekauft, das habe ich da auch in diesen Videos gesagt. Da habe ich gesagt, boah, geile Investition. Ja, ich habe mit dieser Investition, glaube ich, etwa 200% Gewinn gemacht, aber wenn man sich überlegt, über welchen Zeitraum, dann ist das natürlich keine besonders hohe Rendite gewesen. Hätte ich das gleiche Kapital in Bitcoin gesteckt, dann hätte ich natürlich ganz anderes Return on Investment gehabt, oder ich hätte einfach mal meine Bitcoin 2017 nicht verkaufen sollen, auch eine Möglichkeit gewesen. Nichtsdestotrotz, der Goldpreis wächst stetig, hat ein Pullback von 20% gemacht, aber der Bitcoinpreis hat in den letzten Jahren im gleichen Zeitraum mehrfach über 70% an Kursrückverlust gehabt, also 2017 waren es sogar 85%, danach waren es paar 70%. Das ist aber die Volatilität, die wir haben. Wenn wir uns also angucken, wie viel Kursrücksetzer wir vom Allzeithoch haben, dann muss man sagen, naja, der Bitcoinpreis ist in der Nähe seines Allzeithochs und der Goldpreis ist am Allzeithoch. Und jetzt spielt etwas eine ganz wesentliche Rolle. Ich habe hier einen Chart, den wollte ich euch eigentlich zeigen, um euch die Korrelation zu zeigen, zwischen Bitcoin und der Magnificent Seven, habe ich vergessen, macht nichts, ist trotzdem super. Guckt mal, ich habe hier Magnificent Seven, hier habe ich Bitcoin. Magnificent Seven schlagen in den letzten drei Jahren Bitcoin. Ich will euch eigentlich zeigen, wie stark diese Korrelation ist. Mir geht es nicht darum, dass die Magnificent Seven Bitcoin schlagen. Wenn wir jetzt die letzten fünf Jahre nehmen würden, dann würde Bitcoin um Längen die Magnificent Seven schlagen. Ich habe aber auch etwas für euch, was die Preisentwicklung angeht, Gold gegen Bitcoin, und da muss man sagen, der Goldpreis in den letzten sechs Monaten schlägt Bitcoin, der Goldpreis, ich muss mal näher heranzoomen, damit ich es sehen kann, ist um 18% gestiegen, der Bitcoinpreis ist um 5% gestiegen, könnte man sagen, ist ein Punkt für Gold. Moment, Moment, wenn wir uns die Entwicklung der letzten drei Jahre anschauen, boah krass, guck mal, der Bitcoinpreis ist nur um 7% gestiegen, der Goldpreis ist um satte 51% gestiegen. Da könnte man denken, krass, spricht für Gold. Ich spule nochmal ein bisschen zurück, wenn wir die letzten fünf Jahre nehmen, dann hat der Bitcoinpreis 600% Preisanstieg gesehen, während der Goldpreis 83% gesehen hat. Falls ihr euch fragt, wie ist denn das zustande gekommen, ganz einfach, wenn wir drei Jahre zurückgehen, dann sind wir genau am Allzeithoch des Bitcoins angekommen. Ich hoffe, dass das nachvollziehbar ist, was ich sage. Und jetzt kommt meiner Meinung nach ein ganz entscheidendes Argument. Komme ich sofort dazu. Das heißt, beide haben keinen Cashflow. Der eine hat etwas, nein, ich muss es anders sagen, der eine, also der Goldpreis, hat eine deutlich längere Historie, was Wertstabilität angeht. Der andere hat eine eindeutige Korrelation zu den spekulativen Assetklassen und verspricht einen sehr, sehr starken Kursanstieg. Das heißt, beide haben ihr Gutes und beide haben ihr Schlechtes. Wenn ich jetzt nicht mein gesamtes Kapital schützen wollen würde, was ich jetzt nicht will, spielt eine andere Sache eine ganz entscheidende Rolle. Denn hätte ich Bitcoin vor drei Jahren gekauft, am Allzeithoch, dann wäre ich aber ganz schön schlecht gefahren. Dann hätte ich ja lieber Gold kaufen sollen. Hätte ich aber im Dezember 2022 den Goldpreis gekauft, auch wenn es eine schöne Entwicklung gegeben hat, wäre es eine nicht so gute Entscheidung gewesen, dann hätte ich lieber Bitcoin kaufen sollen. Das bedeutet, ihr müsst euch immer Gedanken machen, wenn ihr euch eine Frage stellt, Gold oder Bitcoin. Was ist mein zu erwartendes Return on Investment? Mit anderen Worten, ich habe da wirklich Respekt vor, wenn einige von euch sagen, der alte Mann, der kommt ins Labern. Ich kann mich, weil ich ja diese ganzen Rallys alle mitgemacht habe, ich kann mich so wunderbar daran erinnern, als der Goldpreis, Moment, ich gehe noch mal ein bisschen weiter zurück, als der Goldpreis im Jahr 2011 in Richtung 2000 Dollar geschossen ist. Alle haben über Gold geredet. Wenn man auf die Edelmetallmesse gegangen ist, so. Es wurde von noch viel höheren Kursen gesprochen. Und ganz viele Menschen haben tatsächlich hier ihre Einstiege gefunden. Mit anderen Worten, auch wenn man jetzt sagen kann, ja, also, mein lieber Hamed, hätten Sie da gekauft, Moment, hätten Sie hier gekauft, dann haben Sie ja immer noch jetzt einen Plus gehabt. Ja, aber das ist eine Rendite, da bleibt kein Auge trocken, denn das ist eine Rendite von vielleicht 30% in über 13 Jahren. Das ist nichts. Und meine Antwort, die ich euch gebe, ist, wenn ich mir so die Goldpreisentwicklung angucke von 2001, man spricht immer wieder von einem 10-Jahres-Zyklus von Gold. 2001 in ungefähr etwa hat das gestartet, der Goldpreis steigt, konsolidiert steigt, macht einen Pull weg und dann macht es Zakatumski. Und ganz zum Schluss, ganz zum Schluss, typisch Bubble, macht es nochmal, boom, die aller, allergrößte Monatskerze ever und dann wird das abgebaut. Natürlich, wir leben in einer Bubble, es dauert bis die Bubble platzt, Seitwärtskonsolidierung, bis dann der große Pull back up. Wenn ich mir jetzt den Goldpreis anschaue, ruhig bleiben, liebe Goldbullen, ich bin Goldbulle. Ich habe euch im Jahr 2023 gesagt, die sicherste Asset-Klasse ist der Goldpreis im Jahr 2024. Ich habe nicht gesagt, der Goldpreis wird so explodieren, habe ich nicht damit gerendet, ich habe mit 2,5 gerechnet. Wir sind aktuell bei 2,47, ist weit über mein Ziel drüber geschossen. Auch wenn ich Goldbulle bin, auch wenn ich hier gesagt habe, letzte Chance zu kaufen vor dem Ausbruch. Wisst ihr eigentlich, dass der Goldpreis seit 2015 steigt? Steigt, 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 steigt. Und seht ihr hier diese parabolische Bewegung, die wir sehen? Moment, eine parabolische Bewegung ist im Grunde genommen eine Stange, die du rausfährst. So, wo du dann immer so, so, eine Stange, die kann noch weiter wachsen. Wer bin ich denn, dass ich sage, diese Stange kann nicht weiter wachsen? Natürlich kann sie weiter wachsen. Aber falls die Frage darin besteht, kaufe ich jetzt Gold ganz langfristig, dann würde ich sagen, nein. Denn hier war vielleicht der Zeitpunkt, Gold zu kaufen. Vielleicht war kurz vor dem Ausbruch noch zu sagen, okay, komm, das ist interessant, Gold zu kaufen. Dort war der Zeitpunkt, Gold zu kaufen. Aber das, wenn man jetzt von einem einmaligen Kauf spricht, also wenn ihr mich jetzt zwingen würdet und sagen würdet, du musst jetzt was kaufen, dann würde ich sagen, ja, die politischen Unsicherheiten werden nicht weniger werden. Ja, die hohe Verschuldung in den USA ist ein ernsthaftes Problem. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, bei einem Preis, bei einer Asset-Klasse, was eigentlich für Wertstabilität steht und 71% Kursanstieg hat in den letzten 27 Monaten. Ne. Wenn ihr mich zwingen würdet, dann würde ich sagen, ich kaufe eher Bitcoin. Aber, auch Bitcoin kaufe ich nicht aktuell gerne. Nur wenn man mich zwingen würde, Pflicht oder Wahrheit, Geld oder Liebe, Bitcoin oder Gold, dann würde ich sagen, Bitcoin. Warum würde ich nicht Bitcoin kaufen? Im Gegensatz zum Goldpreis hat der Bitcoinpreis seinen Anstieg, ich muss es mal petizier rausholen, und ich würde gerne einmal unsere automatisierten Analysen ausschalten. So. Falls ihr neu seid, diese Chartsoftware, die wir nutzen, die haben wir selbst entwickelt. So. Wenn ich hier den Bitcoinpreis mir ansehe, der macht eigentlich genau das, was ich mir im März dieses Jahres gewünscht habe. Da habe ich euch gesagt, also Leute, wisst ihr was? Das ist eine parabolische Bewegung. Im besten Falle für die Bullen geht diese parabolische Bewegung weiter. Wer bin ich denn, dass ich sage, dass das das Ende der Fahnenstange ist? Ich kann euch nur sagen, Leute, wir sind im Bereich des Allzeithochs. Allzeithoch ist der größte anzunehmende Widerstand. Okay. Vielleicht läuft er trotzdem darüber hinaus. Ist er nicht. Das, was der jetzt seit März macht, ist eine bullische Seitwärtskonsolidierung. Das heißt, der Bitcoinpreis hat sich Zeit gelassen. Ich kann jetzt nicht messen, ist der Bitcoinpreis günstig, ist er teuer, ich habe kein Cash, habe ich alles nicht. Aber ich kann sagen, nach dem Anstieg gibt es zumindest sechs Jahre Seitwärtskonsolidierung. Und diese Seitwärtskonsolidierung, ich zeichne mal unsere, bringe mal unsere automatisierten Tools rein, läuft in einem leicht abwärts gerichteten Trendkanal. Der Grund, warum ich Bitcoin nicht kaufen will, habe ich euch in der letzten Ausgabe auch gesagt, ist, Leute, geil, ich habe euch gesagt, knapp unter 50.000, geile Unterstützung, interessiert mich. Ich habe mich dann für die spekulative Variante unterschieden und habe dann Ethereum gekauft. So, der Bitcoinpreis ist allerdings allein seit Anfang September mit Hilfe des Run-Up-Oktobers um 34% gestiegen. Und habe ich gesagt, also wenn ich mir was wünschen kann, ist nicht nach 34% ausbrechen, sondern sich bitte Zeit lassen. Und es ist immer noch so, dass diese Widerstandszone, diese extrem starke Widerstandszone bei 70.000 auf dem Weg ist. Ich finde aber diese Konsolidierung extrem interessant. Wenn ich noch einmal zurückkomme zur Fahnenstange, das Verhältnis dieser Konsolidierung zu dieser Fahnenstange, und die Fahnenstange hat 400% gemacht, 466% gemacht. Die ist mir jetzt zu kurz, als dass ich sage, also ja, also wenn der jetzt ausbricht, boah, Wahnsinn, dann machen wir aber definitiv das nochmal nach oben und machen 150.000, das sehe ich nicht. Aber das, was ich sehe, ist, dass wenn der Ausbruch kommt, dass wir Kursziele jenseits der 80.000, vielleicht 90.000 kriegen können. Das heißt, selbst wenn ich sage, ja, ich kaufe Bitcoin, dann, weil ich der Meinung bin, mittelfristig ist der Bitcoinpreis interessant, falls der Ausbruch zustande kommt, hat er durchaus Potenzial, aber selbst der Pullback in Richtung 550.000, 50.000, selbst wenn der kommt, ist sehr, sehr stark ausgeprägt. Ich würde natürlich eine höhere Volatilität kaufen, denn, nochmals, ich habe Gold gekauft und der Goldpreis hat in den letzten 10 Jahren eine maximale Volatilität gezeigt von 20% und ich laufe jetzt Gefahr, dass ich in wenigen Wochen, falls der Bitcoinpreis nicht ausbricht, nochmal 28% Pullback macht. Ich hoffe, dass es nachvollziehbar ist. Ich glaube nur, mein Return on Investment bei Gold wäre aktuell überhaupt nicht interessant. Der Goldpreis, also, die steht mir nicht an, dass ich sage, der Goldpreis muss fallen. Wäre der Goldpreis bei 2.400, dann würde ich sagen, ja, das ist eine starke Unterstützung, wir haben zumindest das Potenzial von hier aus, wieder in Richtung 2.8 zu gehen. Pullbacks bei Gold sind absolute Einstiegsmöglichkeiten. Also, wenn ihr mich zwingt, wenn es wirklich Geld oder Liebe, Pflicht oder Wahrheit ist, dann Bitcoin. Wenn ich es mir aussuchen kann, dann Bitcoin, entweder oberhalb bis 70.000 oder, wenn du es mir gibst, nochmal die 50.000. Ethereum habe ich ja schon gekauft, kann ich noch Bitcoin kaufen. Aber Gold aktuell, auch wenn ich langfristiger Goldinvestor bin, die Rallye läuft zu lange. So, jetzt müsst ihr in die Kommentare schreiben, zu viel bla bla oder hoffentlich war es für euch hilfreich gewesen. Ich empfehle mich, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.